Hallo, ich bin der Liede von der Tollabox. Ich koche heute zusammen mit Marc. Ja, der Marc ist von der Schlemmertüte und hat dir die Schlemmertüte mitgebracht. Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Bio, Huhn, Bio, Paprika, Bio, Bokula, Bio, Salami, Bio, Siebel, Rot, Bio. Nicht so schnell, ich komme ja gar nicht hinterher. Tomatchen haben wir noch. Bio, Glabox. Kipnebon, bisschen Reis, ein paar Sultanin. Einmal Minze und einmal Koriander. Das ist unser Rezeptsepschen. Da siehst du ganz genau, was drin sein muss. Und die Rezepte mit Fotos, dass wir später kochen. Was machen wir? Paprika-Huhne. Den Backofen mal rein, dann geht es gerade. Vorheizen, genau. Wenn du den Daumen mit so hast, höchste Gefahr. Okay, also den Daumen immer noch hin. Pfanne mit 3,5 Pflanzenhöhlen erhitzen. Ich bin der Daumen bei, wie älter, dass du in der Daumen mit in viel Däumen investierst. Und das Z summiert sein muss ich damit. Und jetzt geht es schon so schnell. Und das Zinn ist sowas. Ich bin der Daumen von Bokula. Ich bin der Daumen von den Daumen von, das Zinn. Ich bin der Daumen von besagt. Oh mein, ich bin der Daumen von Koriander. Ich bin der Daumen von Bokula und Bokula und Bokula. Ich bin der Daumen von Bokula, Es schmeckt gut! Es schmeckt gut! Es ist leider schon leer. Es schmeckt gut! Es schmeckt gut!